Okay, gut. Also, sorry I'm not speaking in German, but I have also quotes in German, so I would be confused to do it in English. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe einen etwas drastischen Titel gewählt, mit Absicht, einen etwas polemischen Titel, Tod durch Idealisierung, die Ausstellung von 68 und ihre Vorgeschichte. Ich mache, das muss man dazu sagen, ich habe jetzt nie, sagen, intensiv diese Ausstellung analysiert, schon gar nicht die Ausstellung, sondern wenn, dann den Katalog, weil ich die Ausstellung ja gar nicht gesehen habe und mich jetzt nicht mit den Dokumenten der Ausstellung befasst habe, sondern mit dem Katalog. Und ich mache das aus einem Blickwinkel, weil ich in den letzten zwei Jahren sich sehr intensiv mit der Rezeption von Hannes Mayer in Westdeutschland befasst habe, was aber, ich glaube, ein ganz guter Perspektive ist, sich dieser Sache zu nähern und dann nochmal zurückzuschauen bis 1927, 1928. Und ich habe auch, ich muss sagen, ich fange jetzt an, etwas über Markebauhaus zu machen, aber das ist erst in den Anfängen, das überschneidet sich natürlich, oder ist ganz komplementär dazu. Die Sachen, die ich zu Hannes Mayer gemacht habe, das erscheint hoffentlich in vier Wochen in einem Buch, was ich mit Thomas Vell herausgegeben habe. Nun, also, Stuttgart 68, hier ist ja auch eine Ausstellung zu sehen, ein legendäres Foto, Herr Kropius, diese Schlemmer-Skizze, ein Kubus, eine Pyramide, der Katalog. Interessant ist, sich darüber klar zu werden, dass dieses Piktogramm, diese Ikone, Quadrat, Dreieck, Kreis, erst mit der Stuttgarter Ausstellung eigentlich als Bauhaus in je etabliert wurde. Es gab es vorher natürlich schon, also es war vor allem auch ein Thema in dem Grundkurs bei Kandinsky und auch im anderen Kontext, es gab eine starke Orientierung an Geometrisierung, aber es wirklich sozusagen als Bildzeichen, das das Bauhaus zu repräsentieren, hat Herbert Bayer mit seiner Ausstellungsgestaltung, Plakat- und Kataloggestaltung etabliert und seitdem ist es sehr üblich. Nun ist diese, natürlich war es eine sehr große Ausstellung mit sehr vielen Objekten, die natürlich auch ein durchaus ein vielfältiges Bild des Bauhauses entwirft und trotzdem ist es ein sehr spezifisches Bild des Bauhauses, eines, wie schon gesagt worden ist, aus der kropiusischen Perspektive, obwohl es verschiedene Autoren gab, diese Ausstellung und Kropius offiziell gar kein Autor war. Und es ist eine Art der Rekonzeptionalisierung des Bauhauses aus dieser kropischen Perspektive, die eigentlich spätestens 1930 mit dieser Ausstellungssektion allemand in Paris begonnen hat. Es ist nicht so ganz einfach zu fassen und natürlich ist jetzt auch meine, genauso wie ich würde sagen, diese Ausstellung ist extrem parteiisch, ist auch meine Position extrem parteiisch, das will ich gar nicht leugnen, aber ich glaube, es hilft vielleicht doch mal gewisse Dinge zu destruieren, weil man muss sagen, natürlich hat es seit 68 eine enorme Forschung und auch Publikations- und Ausstellungstätigkeit zum Bauhaus gegeben und die Bauhausexperten haben ein differenziertes Bild aufs Bauhaus entwickelt, aber ich würde behaupten, dass eigentlich dieses Bild, was Kropius in verschiedenen Schritten 1930, 1938 und dann indirekt 68, 62 auch, 68 entwickelt hat, ist eigentlich das, was in der Öffentlichkeit etabliert ist, was sozusagen die landläufige Vorstellung von Bauhaus ist und das auch selbst bei Experten auch dominant ist, also auch in der Bauhausliteratur, auch bei sehr wissenden Leuten werden gewisse Mythen, die Kropius in die Welt gesetzt hat oder Interpretationen bis heute fortgeschrieben. Das ist schon erstaunlich, aber es ist einfach so gut. Die Ausstellung, also wie kann man das charakterisieren, die macht eine Synthese des Bauhauses, was keine zeitliche Entwicklung mehr darstellt. Ja, also das Bauhaus ist ja von 1919 bis 1933 doch durch einen ziemlichen Veränderungsprozess gegangen, nicht nur durch den Direktorenwechsel auch überhaupt, auch schon in der immerhin neunjährigen Ära Kropius und das wird eigentlich in der Ausstellung egalisiert und es wird eigentlich, sagen wir, ein Grundprinzip formuliert, was, sagen wir, die Essenz der Bauhausidee sein soll. Diese Essenz hat auch keine Vorgeschichte, sie ist sozusagen eine Essenz, die, wenn man so will, das Genie Kropius in die Welt gesetzt hat, so wird das auch formuliert. Und es gibt natürlich eine Nachgeschichte, um die Wirksamkeit dieser Idee und ihre Dauerhaftigkeit und, sagen wir, Gültigkeit fortwährende Gültigkeit zu beweisen. Und ich, mit dem Titel ist es ja eigentlich schon verweist, wie wir sagen, in der Art, wie Kropius mit seinen Mitstreitern dieses Projekt entwickelt, dieser Markenbildung des Bauhauses, tötet er eigentlich das, was an Potenzial in diesem Erbe drinsteckt und also ist, seitdem ist es eigentlich platt. Also da ist einfach Luft draus. Der Katalog beginnt, also er ist einfach an sich relativ schlicht strukturiert, aber er bindet eigentlich ganz programmatisch mit dieser Frage der geometrischen Grundform. Es gibt ein paar Zitate dazu und es gibt diese Doppelseite von Paul Klee, die eigentlich gar nicht so typisch von Paul Klee sind und das ist auch symptomatisch, das ist etwas früh, das ist irgendwie so ein Weimarer Bauhaus noch, nicht der spätere Klee, also das entwickelt sich ja, wo hier einfach ganz plakativ, wirklich banal, für jeden verständlich, Quadrat, Dreieck, Kreis, die Grundform. Man findet es auch sonst in der Avantgarde, natürlich auch in der russischen Avantgarde, auch bei Leigh-Cobus-See, also es ist auch nicht jetzt Bauhaus speziell, sondern ist eigentlich die Idee sozusagen, eine Grundsprache, eine Grammatik der Gestaltung auf die essentielle Geometrie und das sozusagen entwickelt von Künstlern, um damit angewandte Gestalter die Basis zu geben für ihr gestalterisches Schaffen. Also es war ja nie eigentlich die Idee des Bauhauses, eine Kunsthochschule zu sein, sondern die Idee war ja angewandte Gestaltung, aber grob des Beruf, diese Künstler und die sollen praktisch diese Basis liefern und die Ausstellung macht das sozusagen, am Anfang steht also diese Frage und deswegen ist das natürlich ganz programmatisch in der Ausstellung, im Katalog, am Poster und im Katalog eben halt auch, das ist sozusagen der programmatische Vorspann, dann kommt sozusagen der Vorkurs, dann kommen die Werkstätten, dann kommt die Anwendung. Man muss dazu auch sagen, nur ein kurzer Gleitungsblick, das Bild, das Verständnis von Kunst ist extrem konservativ. Also sagen wir für 68, wir sprechen hier von Malerei, Plastik, Grafik, es kommt auch ein bisschen Bauhausfotografie vor in dem Katalog, aber eigentlich ist Fotografie kein Thema und Performance und Installation oder was auch immer. Ich meine, wir sprechen von 68, wie hat sich die zeitgenössische Kunst entwickelt? Es ist auch ein Kunstverständnis, was die frühe Documenta teilt, also Documenta 1 bis 4, Werner Haftmann, Bode, die übrigens da auch, also gibt es Schulterschlüsse, das ist eigentlich identisch, ein sehr konservatives Kunstverständnis. Dann gibt es ganz interessant, also sagen wir, diese Architektur wird gezeigt, wird natürlich immer sehr viel auch Kropius zugeschrieben, andere eher marginalisiert und die ganze Architektur findet dann unter dem Stichwort der Systematisierung statt. Also es gibt dann irgendwie drei Seiten über Systematisierung der Architektur, also eigentlich durchaus in dieser Logik, dieser technokratischen Logik der Nachkriegsmodernen und das ist ja auch das, was Kropius in den 20er Jahren, Rationalisierung, Vorfertigung, das ist, was er immer formuliert hat, was aber in so einer seltsamen Spannung dann zu diesem Künstlerischen steht und was dann kommt, ist eigentlich schon, also es hat schon eine gewisse Vielfalt, also es ist nicht so, also auch Meier und Mies tauchen auf, so ist es nicht, es tauchen auch dies und jenes auf, es ist jetzt nicht so komplett gestreamlinet, so wie diese Ausstellung 1930, Sextion Aliment, die ja viel kleiner war, ist eine große Ausstellung, aber man erkennt ja hier zum Beispiel an den Arbeiten der Metallwerkstatt, wenn Sie da nur eine Minute genauer hingucken, das sind jetzt Objekte, wo diese Geometrien hier, vor allem der Kreis, die Grundgeometrien eigentlich sozusagen das dominante Thema sind, also wo einfach bestimmter Bauhausstil geschaffen wird im Produktdesign, auch in der Architektur, Kuben, weiße Fassaden, große Glasflächen, das ist das, was sozusagen dominant ist, es gibt durchaus eine gewisse Streuung, ja, also so auch allein aufgrund der Größe, aber das ist eigentlich die Message, die darüber kommt und das ist sehr lustig zu sagen, der einzigste historische Rückverweis vor 1919, nämlich der große Meister, der Genius selber, der natürlich dann mit Hargus Werken und der Werkbundausstellung 1910, 1914 sozusagen schon die Grundlagen geschaffen hat, es sei daran erinnert, dass sich Gropius bei Gründung des Bauhauses von diesem Schaffen distanziert hat, er war ja auch dann erst mal der, also er hat gesagt, nein, nein, Fargus Werke, nein, und dann geht es ja erst mal um die gotische Bauhütte, macht dann später wieder den Bogen zurück, aber es ist sozusagen auch einer der Autoren, Grote, also sozusagen wortreich, erklärt er, warum die Style eigentlich nicht relevant ist für das Bauhaus und die russische Avantgarde taucht erst mal gar nicht auf, aber natürlich, das Genie hat seinen Vorlauf und dann macht es die Sitzung und dann geht es halt die Nachkriegsmoderne, die Bauhausschüler, die bauen im Stil des International Style. Das ist sozusagen diese Markenbildung, eine konsistente Erklärung, wo die 14 Jahre einer konfliktreichen, sehr heterogenen Geschichte auf ein scheinbar gemeinsames Konzept gebracht werden. Trotz aller Streuung gibt es dann halt doch Fehlstellen, also ganz klar, das frühe Bauhaus, diese expressionistische Phase, passt da nicht so richtig rein, ist ja auch noch nicht industriell, ist handwerklich, was soll man damit? Also das sind Sachen, die jetzt für das frühe Bauhaus wichtig sind, taucht gar nicht auf, das Haus Sommerfeld, was probiert selber und es gibt so eine kleine Abbildung unter Skulptur von so einer Tür im Innen, das passt nicht in dieses Schema rein, auch nicht ins Schema rein, passt das Denkmal für die Märzgefallenen, da ist, ich meine, das ist ja eigentlich nicht mehr jetzt so, so ein bisschen, das ist ja vielleicht fast grob bloß peinlich in dieser Zeit, das ist ja eigentlich nicht peinlich, ist ja heute wieder ganz schick, so dekonstruktivistisch, aber das hat natürlich noch ein politisches Problem, Denkmal für die Märzgefallenen, kommunistisch konnotiert, wir sprechen in der Zeit des Kalten Krieges, es passt auch nicht so ganz rein. Auch bei den Werkstätten, das ist auch so ein bisschen widersprüchlich, das ist die Übersicht der Werkstätten, da fehlt zum Beispiel die Töpferei, die gab es, die taucht dann innen durchaus mit einer Seite auf, also es ist in der Übersicht fehlst, innen taucht es dann doch auf, also nicht so ganz konsistent, das ist jetzt so ein bisschen polemisch von mir, also sozusagen, es gab ja auch Bauhaus Schmuck, der spielt jetzt keine große Rolle, aber das ist natürlich auch, passt nicht ins Schema, Luxusobjekte, Dekoration des menschlichen Körpers, ist etwas, was jetzt in der Streuung hätte durchaus auftauchen können, taucht nicht auf, und auch die Sachen, die auftauchen, werden halt sehr stark in einer Richtung interpretiert. Interessant ist es an diesem Diagramm, nämlich, was ist ja meine Option jetzt mit Hannes Mayer, wenn Sie sich jetzt hier das angucken, und wenn Sie sich dann den Mies angucken, ja, die beiden Direktoren, und die Kündigung von Mayer war im 1. August 1930, das ist jetzt praktisch noch ordentlich verkürzt, und das Bauhaus wurde geschlossen im Juni, oder? Juni 1933. Frau Welner, aber kein Juni geschlossen, Ja, also sagen, hier wird mal ein knappes halbes Jahr dem 7. Mayer genommen und dem Mies zugeschlagen, dem Mies wird dann auch nochmal ein halbes Jahr nach Schließung zugeschlagen, und so verschieben sich dann einfach optisch die Gewichte von dem, was einem gefällt und nicht gefällt, ist irgendwie, keine Ahnung, also ist es ein Versehen, kann man sich nicht vorstellen. Ja, also das sozusagen in dieser Frage der Ausblendung, der Verzerrung von dem, was da ist, und in dieser Versuche eben halt ein konsistentes Narrativ zu erzählen, was in seiner Vereinfachung natürlich auch sehr wirksam ist. Was interessant ist, wenn man jetzt sagen, Sie sehen, diese Idee, also sozusagen, kann man sagen, ist ja auch plausibel, es gibt gestalterische Grundlagen, warum sollen Gestalter sich nicht mit Geometrien befassen, ist doch erstmal eine gute Idee, der Vorkurs, also denken, also traut man vielleicht heute auch manchmal davon, braucht doch eigentlich so was an den Kunsthochschulen. Interessant ist, wenn man sich ja immer mal guckt, was heißt es denn jetzt eigentlich in dieser Praxis, in diesem, in dem zwischen Anspruch und Realität und diese Wagenfeldlampe, die sogenannte Wagenfeldlampe, ist ja nicht nur Wagenfeld 23 für die Ausstellung in Weimar entwickelt und bis heute, sozusagen, mit das Schlüsselprojekt des Bauhauses, Produktes, auch nicht schlechthin, ist sehr interessant, um eigentlich diesen Widersprüchen nachzugehen. Also Sie sehen natürlich an diesem Bild, das ist eine Werbeaufnahme, die dann fürs Prospekt gemacht wird von Marianne Brandt. Sie sehen ja ganz klar, ich meine, Sie kennen die Lampe ja sowieso, aber Sie sehen, das ist sozusagen die Grundgeometrie des Kreises, der Kugel, ist sozusagen das Leitprinzip dieses Objektes und man nimmt moderne Materialien, also diesen Stahlschaft, das Glas, der Glasfuß und oben diese Glaskugel. Die Idee war ja sozusagen, dass das, also A ist es elementar, man hatte auch damals erstmal so die Vermutung, das wäre einfach, oder die Behauptung, also es würde auch dem industriellen Zeitalter entsprechen, es soll sozusagen ein Symbol der industriellen Produktion sein. Nun gut, also die Werkstatt, in der das Ding entstanden ist, sah so aus, ja, es war, also man hatte die, von der, irgendwie, von der, hier höfischen Goldschmiedeproduktion, also die Ausstattung bekommen, also es ist eigentlich eine Goldschmiedewerkstatt. Sie sehen ganz interessant, da hinten, hier zum Beispiel, das ist noch so ein Kerzenleuchter, aber da sehen Sie auch schon das Kreisprinzip, also die Geometrie, das finden Sie auch, aber das ist natürlich, dieser Kerzenleuchter symbolisiert noch nicht das Industriezeitalter, was aber diese Lampe tun soll. Die Lampe ist sehr schlecht herzustellen, also sehr viel handwerkliche Arbeit, deswegen bis heute sehr teuer, war auch damals schon so, und ist auch technologisch eigentlich rückwärts gewandt, weil sie eigentlich wie so ein Redesign ist von Lampen, die es schon Ende des 19. Jahrhunderts gab. Das Objekt hat man auch nicht gemacht aus irgendeiner Gebrauchsfrage, ja, ich will jetzt irgendwie für einen bestimmten Zweck eine Lampe produzieren, oder in einer gewissen Weise schon, aber die Gebrauchsfrage war, wie kann sich das Bauhaus in der Welt präsentieren? Das Bauhaus sollte sich ja auf Bitten des Thüringischen Landtags erklären und zeigen, wie produktiv es ist, und dafür wurde die Lampe produziert, sie wurde für einen Ausstellungszweck produziert, nicht für eine Alltagsverwendung. Und das ist auch das, was sie tut. Also sie ist für einen Alltag eigentlich nicht wirklich geeignet, also man sieht dann hilflose Versuche, sie zum Einsatz zu bringen, man denkt auch irgendwie am Anfang, es ist irgendwie eine Schreibtischlampe, also hier noch sieben Jahre später, also mies, oder acht Jahre später, Nies fand die auch ganz schick, in Berlin auf der Ausstellung stellt er die so auf den Tisch, so suggeriert ja, oder es gibt so andere Ausstellungsituationen mit Nachttischlampe und so weiter, suggeriert ja, okay, also ich kann mich jetzt da hinsetzen und arbeiten und habe eine Arbeitslampe, funktioniert aber nicht, gibt das Licht, gibt das nicht her. Man hat dann so mit der Zeit gefunden, und Technolumen macht das jetzt auch, das ist ja eigentlich auch ganz interessant, also sie haben eigentlich so eine Art leuchtende Skulptur, also das ist jetzt so eine Technolumenwerbung, eine leuchtende Skulptur, das gibt so ein ganz gutes Ambient Light im Hintergrund, also es ist durchaus als Lampe funktioniert, aber eben halt nicht als eine Arbeits- oder Nachttischlampe, so, oder hier, das war eigentlich auch sehr sprechend, das ist hier in Dessau, in Funktion 7 Säulen, da sehen Sie auch, das ist die eigentliche Funktion, sie symbolisiert, ich bin Bauhaus, ja, es ist einfach ein Bildzeichen, mehr tut, ein leuchtendes Bildzeichen, ist ja völlig okay, also dafür gibt es einen Bedarf, das finden Sie in jeder dritten Anwalts- und Arztpraxis, ich bekenne mich zur Moderne, mein Bekenntnis zu den Idealen der Moderne, das tut sie, das tut sie sehr erfolgreich, wir hatten auch, als ich da im Dessau war, hatten wir begonnen, also hat das ZDF bei uns begonnen, ZDF in Bauhaus, dann war für das Fernsehen auch so ein Problem, naja, also das ist zwar im historischen Bauhausbühne, aber wie soll denn der Fernsehbetrachter verstehen, dass das Bauhaus ist, also kriegt man nicht mit, also stellen wir da mal ein paar Wagenfeldlauben auf, dann wird klar, das ist Bauhaus, ja, also und so funktioniert es, das können wir jetzt, also wir können auch viele andere Beispiele nehmen, nun, also das ist jedenfalls, da, das ist sozusagen jetzt nach diesem Prinzip geometrische Grundformen, Gebrauchsgegenstand, da enden Sie damit, ja, das macht diese ganze Prekarität, dieses Problem aus, das Spätere, was dann kommt, das will ich jetzt auch nicht rein Meier zu schreiben, ist in der Umbruchsphase, Moholi hat es mit auf den Weg gebracht, Marianne Brandt ist es dann im Wesentlichen, die Lampen, die dann bei, eben mit Kandem produziert worden sind, das sind Lampen, die tatsächlich für Nutzzweck entwickelt worden sind, auch mit einem Lichtingenieur, Sie sehen jetzt Lichtdiagramme, Lichtverteilung, wie kriege ich die nötige Lichtensität, was ja praktisch jetzt dann enden mit dem heutigen Erko-Spruch, wir designen nicht Lampen, sondern, nicht leuchten, sondern Licht, das ist eine brauchbare Lampe, die hat aber gar keinen ikonischen Wert, die weiß ich nicht, die wird man wahrscheinlich, die wurden auch in großen Stückteilen produziert, die interessieren kaum einen Sammler, weil die halt nicht diese symbolische Aufladung haben, das ist die damalige Werbung. Das sozusagen, wo man sagt, naja, vielleicht müsste man doch mal überlegen, ob man dieses Konzept mit diesen Grundformen, Geometrien, wo doch eigentlich auch klar war, das hat ein Problem generiert und es funktioniert so nicht, wie kann man das 68, ja immerhin ist es ja dann 25 Jahre später, wie kann man das, oder noch mehr, 45 Jahre später, also wie kann man das, 45 Jahre später, wie kann man das sozusagen 45 Jahre später, nachdem man irgendwie ja gelernt hat, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, so ungebrochen vermitteln. Das Irre an Kropius ist, und das scheint auch niemanden zu stören, dass er bis zu seinem Tod eigentlich der programmatischen Text, den er immer, immer wieder in seinen Büchern veröffentlicht hat, ist der von 23. Unglaublich. Ich meine, der hat ja auch sich selber weiterentwickelt, aber er hat einfach den gleichen Text bis zu seinem Tod wieder veröffentlicht, so, als ob ihm nichts mehr anderes einfällt. Und so ein bisschen würde ich jetzt mal unterstellen, das ist auch fast so. Gut, das ist jetzt sozusagen das Impressum, des Kataloges, und Sie sehen natürlich, da sind die ganzen politischen Akteure, also es ist ja auch schon, das haben wir schon gesagt, dass sozusagen, das war natürlich, die Ausstellung war ein sehr politischer Akt, die Bundesrepublik West, also Westdeutschland, international zu verordnen, als einen modernen, freiheitlichen, kulturierten, kultivierten und so weiter Staat. Und das hier unten sind die Akteure, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, Herbert Bayer, Ludwig Grote, Dieter Honig, Hans-Maria Winger. Und denen werde ich jetzt allen nachgehen, was es denn mit diesen Aufsicht hat, aber vorher noch mal zu diesem politischen. Hier der Schirmer der Ausstellung, Herr Bundespräsident Heinrich Lübcke, setzt sich auf den Vasilitscher. Und da sitzt er. Und ich meine, ich weiß nicht, Sie wissen ja wahrscheinlich, Herr Lübcke, doch eine etwas schwierige Nazi-Vergangenheit, ab 1944, war er verantwortlich, sich um Zwangsarbeiter, dann um Konzerthäftlinge zu kümmern, hat dann noch irgendwie im Februar 1945 im Baustab Speer an Ideen für den Wiederaufbau gearbeitet. Also eine nicht ganz so gute Geschichte. War deswegen auch angegriffen, die DDR hat sie an ihm gebohrt, er hat überhaupt immer, das sind gefälschte Dokumente, aber so ganz gefälscht war das alles nicht. Aber das funktioniert sozusagen gut, sozusagen dieses Whitewashing, wenn man so will, ja, also der Bundespräsident mit einer problematischen Vergangenheit setzt sich in den Vasilitscher und repräsentiert damit den demokratischen Staat. Der andere Kandidat, das ist ja alles bekannt, ich will es nur trotzdem erinnern, Herr Febinger, noch etwas schärfere Biografie mit der, mit der Todesurteilen für Deserteure im NS-Regime, vier Todesurteile, an denen er mitgewirkt hat, ist ja auch derjenige, der, wenn man jetzt mal von den inneren Konflikten absieht, auch dieses Projekt der HFG Ulm beendet und das passiert ja gleichzeitig. Also Herr Lübcke, der sich in diesen Stuhl setzt und Herr Febinger, der sozusagen der HFG das Gas ausmacht. Und das ist interessant, dass das ja in der 68er-Ausstellung nicht mehr präsent war, die Ulmer-Geschichte. Jetzt kann man natürlich sagen, die Ulmer wollten selber auch nicht mehr, aber man würde jetzt sagen, naja, wenn die wollten, hätten sie ja schon was in den Katalog nehmen können. Also das wäre ja nicht, also wenn man sagt, das ist irgendwie eine relevante Bauhausgeschichte, dann würde man das ja, also sie haben auch interessant, sie haben Black Mountain College, das ist auch nicht dabei, sie haben Moholy natürlich dabei und sie haben dann verschiedene einzelne Lehrer und es ist schon in der Geschichtsschreibung sehr verblüffend, dass das sozusagen ausgelassen worden ist, also das ist irgendwie ein, ich würde mal sagen, fehlendes Interesse und so sieht dann Halb-Ulm 1972 aus. Das tote Bauhaus. Nun, zurück, Akteur Nummer 1, Herr Grote, 68, ein wunderbares Bild, der alte Herr mit dem, sagen wir, Weltenschlüssel in der Hand, spielt also mit Quadrat, Dreikreis. Was hat es mit dem auf sich? Hier, Grote, Ende der 20er Jahre in Dessau mit Kandinsky, Grote war ja mit einer der Akteure, also eigentlich so der maßgebliche, der das Bauhaus nach Dessau geholt hat, der dem Oberbürgermeister gesagt hat, das müssen wir machen, der aber, sagen wir, der war Landeskonservator und hat gleichzeitig dann begründet der anhaltischen Gemäldegalerie und er hatte eigentlich vor allem Interesse an den Künstler in der Bauhaus und hatte, vor allem auch an den bekannten Namen, die er dann auch ausgestellt hat und hatte eigentlich keinen Sinn, würde ich jetzt mal sagen, kein Verständnis für die Frage der angewandten Gestaltung und ihrer Probleme. Herr Grote war auch der maßgebliche Akteur, der Hannes Mayer rausgeworfen hat, das ist ein Schreiben von ihm, also ein Briefentwurf vom Mai 1930, wo er Grobius schreibt und sagt, okay, wir müssen jetzt mal herausschmeißen, der Oberbürgermeister ist einverstanden, wie sollen wir vorgehen und dann wird es ausgehandelt und vollzogen. Grote hat auch, ich habe mich jetzt nie Zeit gehabt, kann man auch mal noch gucken, also er hatte erstmal Schwierigkeiten in der Nazizeit, aber er war dann doch auch bei der Wehrmacht in gehobener Stellung und gleichzeitig auch Kunsthändler, würde auch mal eine Recherche bedürfen, ich habe es nicht gemacht, ich weiß es nicht, was da ist, er war dann nach 1945 der Leitershaus der Kunst und hat dann auch eine der ersten oder die erste Bauhausausstellung nach dem Krieg gemacht, die Male am Bauhaus, wo er sich hat natürlich auch nicht nehmen lassen, über Mayer herzuziehen. Ich will das jetzt mal nicht weiter ausführen. Der zweite Akteur, Grobius, der jetzt zwar nicht explizit auftaucht, aber der natürlich all diese Personen, die da sind, maßgeblich geprägt hat, verlässt bekanntermaßen 1928 das Bauhaus und das ist Herbert Bayer, der Gestalter der Ausstellung, der ihm sozusagen natürlich spielerisch ironisch, aber es ist dann doch was dran, also sozusagen der Personenkult, der im Grobius gemacht worden ist am Bauhaus, Sie sehen ja also jetzt hier, wie er da als zelebriert wird. Grobius hat immer gesagt, das Bauhaus war in bester Ordnung, alles super und ich wollte endlich mal wieder bauen, als ich deshalb verlassen habe. 1928. Wenn man sich dann nochmal in diese Zeit reinbegibt, muss man sagen, ganz so geht das nicht auf. Es ist richtig, dass das Bauhaus natürlich mit der Fertigstellung der Bauhausbauten und der Öffnungsbauhausgebäude im Dezember 26 einen enormen öffentlichen Erfolg hingelegt hat. Es kam alle Welt dahin zur Öffnungsparty, es gab eine enorme Wahrnehmung, es wurde diese Zeitschrift begründet, die Bauhausbücher veröffentlicht, also es gab in der äußeren Wahrnehmung ein sehr intensives, auch geschätztes Bauhaus, aber es gab trotzdem Probleme. Und es sind eigentlich sozusagen im Wesentlichen zwei Dinge, die hier zu nennen sind. Und zwar, die machen sich eigentlich genau wieder an diesem Konzept der Stuttgarter Ausstellung oder haben damit zu tun, weil ich würde auch sagen, dass man die Stuttgarter Ausstellung auch so lesen kann, als natürlich die Behauptung, Kunst und Technik eine Einheit. Das ist schon auch was da mitschwingt in dieser Idee dieser Geometrie und der Systematisierung der Produktion, das ist ja das dann das Technische, dass dieser Slogan von 23 und es ist eigentlich der Slogan, von dem Kropius nie mehr weggekommen ist, und das Interessante ist, dass in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Bauhaus 1926 Georg Muche, also jetzt wirklich eine Bauhaus-Kontroversen unverfängliche Figur, würde ich jetzt mal so sagen, einen Text schreibt, Bildende Kunst und Industrieform, wo er dieses Konzept einstampft. Und er ist nun wirklich nicht der Einzige und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass ich jetzt noch mal ein etwas längeres Zitat vorlese. Die Illusion, dass die bildende Kunst in der schöpferischen Art technischer Formengestaltung aufzugehen hätte, zerschellt in dem Augenblick, in dem sie die Grenzen der konkreten Wirklichkeit erreicht. Weil die Formengestaltung des mit technischen Mitteln erzeugten Industrieproduktes sich nach einer Gesetzmäßigkeit vollzieht, die nicht von den bildenden Künsten abgeleitet werden kann. Es zeigt sich, dass die technisch-industrielle Entwicklungsfolge auch in Bezug auf die Formengestaltung absolut eigenartig ist. Die vorausgegangene Durchdringung von bildender Kunst und Technik war ein Moment von höchster Bedeutung. Er sagt, das war als Übergangsphänomen relevant. Er befreite die Technik von der letzten Bindung an eine veraltete Ästhetik, in dem die Kunst ad absurdum geführt wurde, um nun darüber hinaus in der Unbegrenztheit der eigenen Wirklichkeit sich neu zu finden. Kunst und Technik sind nicht eine neue Einheit. Sie bleiben in ihrem schöpferischen Wert wesens verschieden. Das künstlerische Formelement ist ein Fremdkörper im Industrieprodukt. Also bemerkenswert. Also eine wirklich knallharte Absage an dieses Konzept. Und wenig später notiert Iso Kroplus, also die Frau von Walter Kroplus in ihrem Tagebuch, die Zeit der Maler am Bauhaus scheint wirklich vorbei zu sein. Sie sind im eigentlichen Kern der jetzigen Arbeit entfremdet und wirken fast hemmend statt fördernd. Auch sehr deutlich. Man kann auch sagen, es gibt ein Bauhaus Prospekt, was Kroplus mit Bayern noch herausgibt. Da gibt es kein einziges Kunstwerk, was zu sehen ist. Nur Gebrauchsprodukte und Architektur. Das ist das Prospekt von 27. Sehr interessant. Also es gibt die Feststellung, also man muss dazu sagen, was ist los? Das Bauhaus ist ja 25 nach Dessau gekommen, ist ein sehr ungewöhnliches Konstrukt. Eine Kommune finanziert eine Hochschule, das war damals unüblich, das wäre heute unüblich. Also es kostet ja vieles und die Bürger fragen, warum geht das Geld nicht woanders hin? Und es ist auch eine nicht so ganz unverständliche Frage, muss man sagen. Und die Idee war, es war ein Pakt des liberalen Bürgermeisters mit der Sozialdemokratie und auch mit der Unterstützung der kommunistischen Partei. Die Idee war eigentlich sozusagen ein sozialdemokratisches Reformprojekt. Wir kennen das neue Frankfurt, wir kennen das neue Berlin, das Rote Wien, also sozusagen eine Modernisierung, eine linksliberale Modernisierung dieser Industriestadt mit Hilfe des Bauhauses. Und Pius, der Sozialdemokrat, hat gesagt, super, also Kropius sagt, wir bauen hier industriell billiger und dann gibt es eine Produktion in der Hochschule, die generiert eigene Einnahmen und so weiter. Das war eigentlich so die Idee, die politische Vision, daher auch die politische Unterstützung. Und die Bauhäusler, also sie merken Kunst und Technik keine Einheit und sie haben Probleme, das irgendwie in Gang zu setzen, dieses Versprechen. Es gibt die Einnahmen kommen nicht so aus der Produktion, also Kropius hat dann Finanzprobleme auch, will vom Bürgermeister mehr Geld, der sagt nee, da muss er irgendwie kürzen, dann sind die Meister beleidigt oder frustriert. Also es gibt einfach auch ökonomische Schwierigkeiten, aber es gibt vor allem konzeptionelle und Ise Kropius beschreibt das auch mal, sie sagt auch, also Kropius war jetzt nicht der Mensch, der irgendwie eine These entwickelt hat und dann voranmarschiert ist, sondern er hat das eigentlich eher so moderiert, das hat er sehr geschickt gemacht und auch wirklich, also ich denke, ist ihm also wirklich Chapeau, aber er hat eigentlich eher und sozusagen er hat eher sozusagen den Meisterrat diskutieren lassen und das irgendwie so. Aber es kam irgendwie nicht zu so einer Lösung, es gab einen Streit, der, wenn man Schlemmers Tagebücher liest, also sozusagen sich über länger als ein Jahr hinzog, also wirklich eine Krise, in die ja Meier hereinberufen wird, erstmal sozusagen als Leiter der Architekturabteilung, der dann sehr schnell Ideen entwickelt und auf den Tisch bringt und auf die Diskussion Einfluss nimmt. Und das andere ist sozusagen, also das eine ist sozusagen, dass dieser Produktionsbetrieb nicht so funktioniert, das andere ist aber sehr interessant, ist sozusagen die Siedlung Törten, die ja sozusagen als das Paradebeispiel der industriellen Produktionsweise, der, sozusagen, Gropius ist derjenige, der mit der industriellen Vorfertigung sozusagen in Deutschland begonnen hat, neben Ernst Mai, den man dann schnell auch gern vergisst. Das hat natürlich inzwischen ist es so ein bisschen zwiespältiges Erbe, aber man irgendwie architekturgeschichtlich doch bedeutend. Nun gut, Törten, das Punkt ist, dass Törten, also es ist komisch, dass es irgendwie keiner zur Kenntnis nimmt, Körten war ein Problemfall, Körten war eine Krise und der Punkt ist der, dass eigentlich Gropius, muss man ganz hart sagen, das ist gar nicht so aufgezogen, also er hatte, glaube ich, letztendlich gar kein Interesse, das unbedingt das billig wird, er hatte ein Interesse, sich als der Wohnfort zu etablieren, also derjenige, der den Fortismus im Wohnungsbau in Deutschland einführt, das war sein Ziel und er hat, bevor er überhaupt den Bauauftrag fix hatte, hat er schon eine Verabredung gehabt, um einen Film darüber drehen zu lassen und man kann sagen, etwas überspitzt sagen, das ganze, die ganze Baustelle war eigentlich ein Filmset, um diesen Film zu drehen, mit dem sich Kropius sozusagen inszenieren konnte, als der Vordist des Wohnungsbaus. im realen Geschehen ist es so, dass das Ding ein Problem generierte, nämlich, dass diese vorfabrizierten Häuser zehn Prozent teurer waren als konventioneller Wohnungsbau. Und das fanden die Sozialdemokraten überhaupt nicht mehr lustig. Es gab eine Bürgerversammlung, mit hier ist der Aufmacher einer konservativen Zeitschrift aus Dessau, wo immerhin ins sozialdemokratische Tivoli tausend Leute kamen und die sozusagen sich nicht nur über die gestiegenen Kosten beschwerten, sondern auch über eine Reihe von funktionalen und technischen Mengen, die sie Gebäude hatten, die dann auch von der rechten Presse natürlich so etwas polemisiert worden sind. Also hier etwas drastische Bilder, die sind aber auch grafisch nachbearbeitet. Es gab aber durchaus auch, also sozusagen, es gab ja von der Reich Forschungsanstalt auch so eine Analyse, was sehr problematisch war, was ja auch umgebaut ist, ist, dass Herr Kropius aus technologischen wie ästhetischen Gründen diese Fensterbänder hier im Wohnzimmer, ohne Sturz, also eine Decke und eine Schmalheit und das heißt, wenn man da im Wohnzimmer sitzt, kann man nicht nach draußen gucken, die liegen einfach sehr hoch und das ist einfach, Kinder können nicht nach draußen gucken, wenn man sitzt, kann man nicht nach draußen gucken und das hat mit Funktionalismus, sondern wirklich jetzt gar nichts zu tun, ist auch alles umgebaut worden. Diese Tatenkrise, die in der Bauhausgeschichtsschreibung keine Rolle spielt, hat dazu geführt, dass die Sozialdemokratie sich vom Bauhaus verabschiedet hat und man muss sagen, dass 1932 der Beschluss das Bauhaus zu schließen auf Antrag der Sozialdemokraten durchgegangen ist, weil die Sozialdemokraten sich enthalten haben. Also das ist praktisch sozusagen, die Törtelkrise war die Grundlage für die, also hat eine Rolle gespielt in der Schließung des Bauhauses. dann zu sagen, es war alles super großartig, ja, als ich gegangen bin, ist natürlich eine etwas schwierige Behauptung. Also diese Bürgerversammlung mit den tausend protestierenden Bürgern war im Mitte Januar 28 und Ende Januar hat Grobius gesagt, er geht. Dazu kommt, dass sozusagen durch diese konzeptionellen Krisen, die es gab, vorher auch Moholy, Bayer und Breuer gesagt haben, sie gehen und Grobius dann später die Reihenfolge der Kündigung umgedreht hat, dass er gesagt hat, ich habe zuerst gekündigt, die anderen haben dann gekündigt. Insofern ist es ein bisschen schwierig, also sozusagen dieser Behauptung zu folgen, alles war super, das ist aber das, was die Bauhausgeschichtsschreibung bis heute fortschreibt und was man aber anhand Dokumenten anders schildern kann. Zu dieser, nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen mit Kunst und Technik eine Einheit, Hannes Mayer hat dann, als der Direktor wurde, Karel Teige ans Bauhaus gerufen, um diese Zeitschrift zu redigieren und der hat auch in dieser Jubiläumsausstellung Zehn Jahre Bauhaus 1929, ich finde, einen grandiosen Text geschrieben, der die Bauhausgeschichte analysiert, der ist auch in der Geschichtsschreibung komplett verloren gegangen und Karel Teige hat aus Enttäuschung, dass Hannes Mayer nicht entschieden genug ist in den Änderungen, hat er dann Ende 1929 das Bauhaus verlassen, also nicht, weil er zu radikal gewesen wäre, nein, weil er zu wenig entschieden gewesen wäre und er schreibt, also genau das er sagt, als das Bauhaus begann, also mit schwermachischen Ideen einer großen sozialen Menschenverbrüderung und einer romantischen Vision, die mehr romantische Vision als praktische Zielsetzung war, er war sehr scharf über diesen Vorkurs, es sei ein Nachklang der goldenen Weimarer Bauhauszeit, der romantischen Bauhausperiode, eine Gelegenheit zur Abreagierung von Künstlerkomplexen und er sagte zur Malerei am Bauhaus, dass sie von der praktischen Werkstattarbeit des Instituts völlig isoliert sind, also was ja Ise auch schon gesagt hat, dass sie an dieser Werkarbeit jemals teilnehmen würden, gehörte zu den extremsten Weimarer Illusionen, deswegen war er dafür, das zu trennen, er war nicht gegen die Kunst, er war auch ein Kunstkritiker, muss man dazu sagen, also er kommt eigentlich, also ist jetzt keiner, der aus der Angewandert hat, aber wir sagen, er war da sehr scharf, man kann ja sagen, muss man auch nicht teilen, aber zu sagen, das ist die Gegenposition, die irgendwie komplett verloren gegangen ist, ja, also das ist ja so verblüffend, man kann sagen, es gibt jetzt, was ist jetzt hier die richtige Geschichtsschreibung, das ist schwierig, aber zu sagen, man muss ja vielleicht erst mal zugegen, zu Kenntnis nehmen, zu dieser These Kunst und Technik einer Heise, gibt es eine ganze Reihe von Leuern, Muche, übrigens auch Feininger, der hat schon 23 gesagt, was ist ein Quatsch, Kallhai, Mayer, die sagen, das funktioniert nicht, tut mir leid, und die Ulmer ja dann auch. Gut. Kropius macht dann 1930 diese Ausstellung in Paris, Section Allemand, wo er eigentlich diese Marke Bauhaus beginnt zu formen, also wo eigentlich genau, also noch extremer als in der Stuttgarter Ausstellung, diese ganze expressionistische Phase weg, also es geht natürlich um die vermeintliche Industrieform, ja, hat also natürlich mit industrieller Produktion wenig zu tun, aber, also das ist übrigens auch, also eine schöne, man kann ja Anekdoten ohne Ende erzählen, das Bauhausgebäude wollte Kropius haben in wirklich gestochen, perfekten Glas, und war damaliges Glas, war noch nicht, die industrielle Produktion war noch nicht so entwickelt, es gab noch kein Float-Glas, und wie Sie es vielleicht auch von Altbauten kennen, Glas war so ein bisschen wellig. Kropius wollte das nicht, weil das muss ja nach Technologie aussehen, nach Industrieprodukt, und hat die Glasindustrie dazu gekriegt, dass sozusagen das als von Handarbeit zum Spiegelglas geschliffen wird, damit es sozusagen möglichst gerade und perfekt ist. Also das ist dann die Simulation einer Idee von Industrie mit handwerklichen Mitteln. So, das ist eigentlich das, was das ausmacht, und das trifft natürlich, jetzt kann man die Bauten durchgehen, könnte man das auch sagen. Das geht dann weiter natürlich mit der Ausstellung zum Amoma, zum International Style, und dann auch die Bauhausausstellung später, die Kropius veranstaltet hat, das ist schon, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, also sagen, das ist natürlich, Sie haben das ja schon gesagt, die reduziert die Bauhauszeit auf 19 bis 28, das heißt dann sozusagen im Klappentext, ja, das ist auch eigentlich, da ist alles Relevante schon passiert, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, es gab noch zwei andere Leute, die dahinter herkamen in ein paar Jahre, aber das Essentielle ist das eigentlich. Kropius ist sich auch nicht zu schade, gewisse Sachen, die er aus der Meierperiode mag, sozusagen seiner eigenen Zeit zuzuschreiben und deswegen auch umzudatieren, also es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die werden einfach vordatiert und es ist so wie fast so ein freudscher Versprecher, das ja auch die, die sagen, das schlemmersche Bild, was von 32 Bauhaustreiber auch vordatiert, als ob er das Gefühl hat, das Bauhaus ist schon vorher gestorben, also das ist also sehr, eigentlich sehr interessant. Gut, Kropius, hat, man muss dazu sagen, Kropius hat ab 8, also er hat in der Zeit von 28 bis 30 versucht irgendwie das genau im Blick zu haben, es gibt, also er hatte einen Ausschnittdienst, der ihm alle Zeitungsausschnitte gab, die über das Bauhaus erschienen und es gibt in seinem Nachlass auch Mitschriften von Vorträgen von Meier, also sozusagen die ihm, also gegeben worden sind, ja, damit er also voll informiert ist, was da das geschehen ist. Er hat aber, also er war gut informiert, er hat aber über Meier geschwiegen wie ein Grab, also 30, 38 Amoma, Anfang der 40er Jahre wurde von Harvard Studenten gebeten, er sollte doch mal zu einem Text, den Meier über die sowjetische Architektur geschrieben hat, da vielleicht was drauf reagieren, hat er sich geweigert. Er hat aber hinter den Kulissen also keine Mühe geschaut, obwohl er war ja ein vielbeschäftigter Mann, ja, also muss er also sagen, als der große Bauhauptpapst war er ständig unterwegs und hat er auch ein großes Büro mit jüngeren Partnern zusammen, hat er also sagen, sobald irgendetwas kritisch gegen ihn oder positiv über Meier auftauchte, nahm er also seine Schreibmaschine oder seine Schatulle und schrieb also an diese Leute Briefe, also ob das jetzt Herr Pewsner war oder Scherwuth oder der Oberbürgermeister Fritz Hetz oder wie auch immer und argumentierte sehr scharf, dass er eigentlich sagte, Meier war ein Lügner, er hätte ihn irre geführt, weil er, sagen, unpolitisch tat, aber eigentlich politisch war und er hätte selber gar kein architektonisches Werk vollbracht, er wäre als Witwer gewesen und er hätte das Bauhaus für politische Ziele missbraucht und so weiter und es geht so weit, dass sie sagen, in dem Grobius-Umfeld, Nonne Schmidt, sozusagen, dann sogar die Behauptung aufgemacht hat, wird, also sie sagen, Meier war psychisch krank, wäre ein Psychopath gewesen und geisteskrank gestorben, also so weit geht die Diffamierung. Nun gibt es Hans-Maria Wingler, der ja, sagen wir, als Lunger Kunsthistoriker über die Tapetenfirma Rasch zum Bauhaus gekommen ist und der dann das Bauhausarchiv in Darmstadt gegründet hat und der ja einer der Co-Autoren dieser Ausstellung ist. Bei Wingler ist es interessant, er ist sozusagen eigentlich Diener zweier Herrn, weil erstmal ist Rasch sein Auftraggeber, Rasch hat die Tapetenproduktion mit Hannes Maier angefangen und Rasch hat gesagt, ich mische mich in dieses ganze Buchprojekt nicht ein, aber eins ist notwendig, dass Maier anständig dargestellt wird. Das ist das Einzige, was er verlängert. Andererseits Kropius, Kropius, der, sagen wir, eine wirklich enorme Energie entwickelt hat, sozusagen dieses Maier-Bashing zu machen, der aber Wingler sehr hilft, also an Material zu kommen, Leute zu treffen und so weiter, der sozusagen sein Mentor wird, ihm auch Finanzierungen besorgt und in dieser Widersprüchlichkeit ist dann auch dieses, sagen wir, diese Bauhausbibel von 62, die Wingler publiziert hat, die bis heute sozusagen das große Standardwerk zum Bauhaus ist, wo sich sowohl Passagen der sachlichen Würdigung von Hannes Maier finden, wie auch genau dieser kropiusische Bashing an Kropius. Ich zitiere jetzt aus diesem Bashing, er schreibt, also Wingler, es sei ein Faktum, dass Maier schwärmerische Ideologien mit Erkenntnis und programmatischer Zielsetzung verwechselte. Maiers rigorose Ablehnung des Formalismus von Kropius und Holy Notch dürften zum großen Teil des Protestes eines aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommenden gegen die neue kosmopolitane Umgebung gewesen sein. Dazu muss man sagen, das ist so ein Standesdünkel bei Kropius. Kropius kommt aus extrem wohlhabenden Verhältnissen, Berliner Großbürgertum. Maier kommt durchaus auch in einer namhaften Familie, aber also nicht ganz so gut gestellt und dieser Dünkel kommt, also das sind alles natürlich Thesen, die Kropius in die Welt gesetzt hat. Er hat jedoch nicht, also sozusagen, kleinbürgerliche Verhältnisse kommen, also sozusagen, dass er einfach überfordert war durch den Internationalismus. Es hat jedoch nicht zur Klärung und zu einer, er hat jedoch nicht zur Klärung einer neuen Synthese, sondern zu einem Anwachsend anarchistischer Tendenzen geführt, zu einem Prozessfortschreiten der inneren Auflösung, die nur durch ein Wechseln der Leitung Einheit geboten werden konnte. Also sozusagen die These, Maier hat eigentlich das Bauhaus gekillt, wenn nicht der Oberbürgermeister da dazwischen gegangen wäre. Das ist also, sagen beides in diesem Buch, also es gibt die Würdigung und es gibt diese, sagen totale Bashing. Was dann passiert, ist, dass Thomas Maldonado, Teil des Rektoratskollegs der HFG Ulm, in der Zeitschrift Ulm 1963 einen Artikel schreibt, eine Art Rezension des Winglers Buches unter dem Titel ist das Bauhaus aktuell, wo er einerseits anerkennt, dass Wingler vieles auf den Tisch gebracht hat, was bisher nicht bekannt war, aufgearbeitet hat, auch bestimmte Dinge korrigiert hat, aber dass es doch dieses Buch problematisch ist. Trotz dieser lebenswerten Bemühens um Objektivität gelingt es Wingler nicht, das Netz von zufälligen Anekdoten politischer oder persönlicher Art aufzulösen, das seit Jahren eine sachgerechte Abschätzung des Beitrages von Maier zum Bauhaus verhindert. Schade ist es, dass Wingler nicht Gebrauch gemacht hat von allen Vorteilen seiner Stellung als unabhängiger Chronist, das heißt der beneidenswerten Stellung dessen, der ein historisches Phänomen studiert, ohne Akteur oder Zuschauer dieses Phänomens gewesen zu sein. In manchen Fällen wird Wingler in der Tat parteiisch, ohne dafür einen als Rechtfertigung dienenden Grund zu haben und das bezieht sich sicherlich auf so eine Passage, wie ich sie genannt habe. Er kritisiert noch anderes, er kritisiert sozusagen die mangelnde Bewertung von Albers, das Abredestellen der Rolle von De Stey, das Auslassen der russischen Avantgarde und einige Dinge mehr, es geht jetzt nicht nur um Hannes Maier, was er da kritisiert und ich glaube er hat sozusagen eine relativ treffende Kritik. Kropius ist sehr aufgebracht und das ist jetzt der Punkt, wo er dieses Schweigen verlässt und nach immerhin über 20 Jahren sich öffentlich zu Maier äußert, indem er also Maldonado schreibt, was dann auch veröffentlicht wird. Er schreibt zweimal, also sozusagen Kropius schreibt, Maldonado antwortet, Kropius schreibt nochmal und dann belässt es Maldonado. Er schreibt also, Maier wurde in ein gemachtes Bett gelegt, als ich ihn berief, glaubte ich, das Bauhaus relativ gesichert und seine Verbindung mit der Industrie sorgfältig eingefädelt. Im Fazit, seine Strategie und Taktik war zu klein, er war ein radikaler Kleinbürger. Ist noch mehr, also man kann es lesen. Was noch so ein bisschen perfide ist, ich meine, man muss dazu sagen, es ist ein Zeitpunkt, da war Maier schon acht Jahre tot, ist, dass aus Ulm heraus Claude Schneid diese erste Maier-Biografie macht und das ist bei Nickli und Nickli ist auch der Verleger, der deutsche Verleger von Kropius und Kropius bringt es fertig, dass sein Brief an Maldonado unkommentiert als Nachwort des Buches abgedruckt wird. Und das ist dann immerhin zehn Jahre nach dem Tod von Maier. Also er hat eine totale Obsession, das seine Sichtweise durchzustellen und man muss ja dazu sagen, es gelingt ihm. Also wenn wir die Bauhaus-Geschichtsschreibung bis, ich kann es nur wiederholen, bis heute angucken, ist es ihm in großen Strecken gelungen. Es ist interessant, jetzt an Ulm ist, Ulm ist ja schon in einer gewissen Weise als Bauhaus-Nachfolge zu verstehen, mit aller Vorsicht, aber ich denke, wenn es irgendwie, also gut, man kann sagen, es gab das neue Bauhaus von Moholy, es gab Black Mountain College von Albers, sozusagen, und die HFG Ulm ist so ein anderer Versuch, sozusagen, das nochmal auf den Weg zu bringen. In aller, also sie haben sich selber nie so, also sie haben das immer sich davon auch wieder distanziert, aber in der Öffentlichkeit galt die HFG als sozusagen Bauhaus-Nachfolge und Bill hat das auch, also er ist ja selber Bauhaus-Schüler unter Kropius und Maier und Bill hat auch Kropius hinzugezogen zur Beratung und auch dann als Eröffnungsredner für das Gebäude der HFG Ulm. Das war allerdings, das darf man nicht falsch verstehen, sicherlich auch eine Wertschätzung, aber auch natürlich ein strategischer Punkt, weil die HFG brauchte die amerikanischen Gelder und Kropius war in Amerika sehr etabliert und das war einfach sozusagen ein Politikum, das er lösen musste. Genauso musste Bill bei den Befragen durch die Amerikaner eigentlich die Verbindung oder seine Wertschätzung für Hannes Maier verschweigen. Er sprach auch nie über Hannes Maier in der HFG Ulm, offenbar aber in seinem Büro, weil natürlich Hannes Maier als Marxist im Kalten Krieg, McCarthy-Ära völlig out of, also völlig unmöglich war und die Finanzierung, die amerikanische Finanzierung für Ulm wackelte wegen auch, weil man auch der Familie Scholl sozusagen zu einer starke Linksorientierung unterstellte. Also es war, also wir sprechen von McCarthy-Ära, also sozusagen als verschärfter Kalter Krieg. Und Bill hatte eher so ein taktisches Verhältnis zu Kropius, wie vielleicht auch umgekehrt. Und bei der Eröffnung reden die eigentlich, also sind, ist Kropius eigentlich im falschen Film? Also er redet davon wieder der Künstler, der Künstler, der also sagen die der industriellen Welt sozusagen das Gegengewicht, sozusagen so ein bisschen der Genie des Künstlers, der sozusagen als Herr Rohr das eben halt in eine Balance bringen soll. Und Bill redet überhaupt nicht vom Künstler, sondern er redet eigentlich von der industriellen Formgestaltung und das ist irgendwie, das eine passt zum anderen überhaupt nicht. Ein totales Mismatch, aber natürlich politisch ist es notwendig. In dem Buch von Wingler 62 wird auch ganz klar sozusagen Ende des Bauhausbuch mit Ulm, also anders als die 68er Ausstellung und wird auch durchaus recht gesagt, dass eigentlich die Orientierung der Ulmer dann stark an Meier ist als an Kropius. Und insofern ist dieser Konflikt über das Hannes-Meyer'sche Erbe und diese Spannung mit Kropius ist für Ulm schon relativ relevant. Ich würde jetzt, ich meine das ist immer die Frage auch wie weit, also ich würde nicht sagen, dass die Ulmer sozusagen das aus dem Bauhausgedanken heraus entwickelt haben, das hätte nicht funktioniert, würde ich mal denken. Aber es war sozusagen eine Begründungsfigur, sozusagen auch eine Rückversicherung und es war für sie extrem wichtig sozusagen, dass es neben dem offiziellen Bauhaus ein anderes Bauhaus gab, als ihnen eine Freiheit gab, sozusagen die Sache auch zu entwickeln und sie waren gegenüber dem offiziellen Bauhausbild sehr kritisch. Maldonado schrieb 1958 in der Zeitschrift Ulm, die Erziehungsphilosophie der Schulen für Produktgestaltung ist heute völlig überholt. Sie wird mit einer hauptsächlich künstlerischen Tradition identifiziert der Bauhaustradition. Also ihr sagt ganz klar, das, was das offizielle Bauhaus ist, ist nicht, was wir wollen. Und ganz ähnlich argumentiert dann etwas später Ottel Eicher als Rektor der HFG. Hierzulande ist ein absolut einseitiges Bauhausbild entstanden und das ist das natürlich von Grote und Haftmann, dass sich auf die Male am Bauhaus stützt. Man kennt Paul Klee, aber nicht Marcel Breuer, Kandinsky, aber nicht Hannes Mayer. Die Bemühungen am Bauhaus vom Gesamtkunstwerk und der Kunst am Bau wegzukommen, versickern im heutigen kulturellen Bewusstsein. Also das ist insofern ist dieser Konflikt schon interessant und zu sagen, die Ulmer verstehen das Bauhaus ganz anders und insofern sicherlich die Schließung, aber zu sagen, das passt eigentlich auch nicht in dieses Narrativ der 68er Ausstellung. Dieses Narrativ der 68er Ausstellung ist aber einfach global extrem wirksam gewesen. Sie haben es ja schon erwähnt, das ist die Dokumentation dieser acht internationalen Ausstellung, die über den Globus tourt. Das ist hier ein Prospekt der Tokioer Ausstellung, da sehen Sie wieder diesen Irrsinn mit dem Quadrat-Dreieck-Kreis oder hier ein Tokio Times, ein Artikel, der das auch reproduziert und noch nicht mal genug, die IFA hat ja darauf aufbauend auch noch mal eine Ausstellung gemacht, die ist dann irgendwie noch mal zwei Jahrzehnte getourt an, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich über 100 Standorten und hat also genau mit der gleichen Inhalt diesen Bauhausgedanken also in die Welt getragen. Zur letzten Figur noch, Dieter Honisch, damals, also sozusagen hier im Kunstverein tätig, dann später an der Nationalgalerie in Berlin. Auch er schreibt an diesem Narrativ weiter, also insofern ist es sehr wirksam, nicht nur über die konkrete Distort und der konkreten Ausstellung und ihrer sozusagen Folgeprodukte. Es gibt in Berlin die Ausstellung Tendenzen der 20er Jahre, die Herr Honisch mitkochertiert und die genau diese Art von Narrativ der klassischen Moderne weiter strickt oder reproduziert. Also weiter strickt, vielleicht schon zu viel gesagt, reproduziert. Also es ist die Europa-Ausstellung, also auch mit europäischem Segen und Bundespräsidenten also der ganze politische Apparat und auch die entsprechende Finanzierung. Das Ganze steht unter dem Leitmotiv Demokratie gegen Diktatur, also das ist sagen, der liberale Westen gegen die Diktatur im Osten, also ganz in dieser kalten Kriegslogik. Die soziale Frage ist komplett abwesend und Honisch sozusagen ist auch in diesem Fortschrittsnarrativ wie auch die frühen Documentas, Ausstellungen also sozusagen von der Gegenständlichkeit in die Abstraktion und eben halt auch das als Ausdruck von Demokratie. Der Spiegel berichtet, Honisch Auffassung, dass eben er sah die abstrakte, jetzt Zitat, konstruktive abstrakte Malerei gleichsam stellvertretend für den Staat auf dem Weg zur radikalen Demokratie. Während Malevich Suprematismus noch einen gewissermaßen feudalistische Hierarchie in Kompositionselementen zur Schau stellte, seien die holländischen, also das ist natürlich der Osten, seien die holländische, sei der Holländer Piet Mondrian um 1915 die ersten demokratisch verfassten Bilder Europas geglückt. Also die moderne Avantgarde als die Verkörperung der Demokratie und natürlich das Bauhaus, also ist im Kern dieser Erzählung als natürlich Verkörperung des demokratischen Gedankens. Nun schreiben wir das Jahr 77 und also 68 gibt es noch nicht so eine kritische Befragung. Die 77 wird es nicht mehr ganz so hingenommen. Was passiert, ist nicht sozusagen die kritische Befragung, was war eigentlich mit den Bauhäusern los in der Nazizeit? Das findet nicht stand, sondern es ist Versuch, weil es ist schon auch eine Identifikation mit dem Erbe der Avantgarde gibt, sozusagen die politische Dimension dieses Erbes wieder, sagen, hervorzuholen. Das ist das, was in Berlin passiert. Es gibt mehrere Gegenprojekte. Dieses Gegenprojekt ist sozusagen im Kontext der Berufsverbote, die damals eben halt im Schwange waren und es ist auch wirklich, also ein Aufsatz ist relativ luzide, weil die Werbung für diese Ausstellung Tendenz in der 20er Jahre nimmt eine, ich habe das jetzt das Bild leider nicht, ein Otto-Dix-Bild, was sozusagen natürlich, wie wir alle kennen, sozusagen diese extreme Problematik der goldenen 20er Jahre in Anführungsstrichen in Berlin nimmt, macht einen Ausschnitt daraus, die Werbung, die sozusagen tatsächlich glorifizierend funktionieren kann und kehrt also eigentlich die Dix'sche Bildidee in ihr Gegenteil um und bewirbt damit diese Ausstellung. Ja, also es geht natürlich darum, die tollen 20er Jahre in Berlin. Ja, nicht, natürlich nicht das Dix'sche Sicht, das ist einer der Texte, aber es wird natürlich auch die Frage der Berufsverbote in der Zeit wird thematisiert mit Bezug auch dem Rauswurf von Hannes Mayer. Die Ironie ist, dass tatsächlich auch die Druckplatten beschlagnahmt werden, die Druckerei erstmal geschlossen, die Drucker in den Knast kommen, aus anderen Gründen. Also sozusagen, das wird sehr real in diesem Kontext. Aber auch die Ostgrenzer beschlagnahmen das Buch, als sie das irgendwie nach Hamburg ausgeliefert werden sollen. Na gut. Die vielleicht noch gewichtiger Projekt ist, dass in der NDBK, wem gehört die Welt, die eben halt versuchen genau, genauer nochmal eine andere Geschichtsschreibung zu machen und die sagen, die politischen Motivationen auch weniger bekannte Namen, andere Praktiken zu erforschen und zu präsentieren, merkt man ja schon an dem Titel des Kataloges und hier ein Bild der Ausstellung, wo eben halt zum Beispiel jetzt die Frage der Wohnungsbaupolitik thematisiert wird und das eben halt nicht allein als eine Frage von International Style. Gut, ich muss jetzt ein bisschen, kommt zum Ende, aber ich wollte eigentlich in zwei Zitate von Thomas Maldonado aus Ulm, wo er eben halt genau sagt, das Interessante am Bauhaus war, dass es immer in Gegenrichtung zur Gegenwart war, weil es auf die Zukunft ausgerichtet war. Also es war nicht affirmativ, ich glaube es ist eine etwas übersteigerte Interpretation, aber egal, also Maldonados These ist es gut, am Bauhaus war, dass es kritisch mit der Gegenwart war und deswegen also auch widerständig und das ist das auch, was er in einer Ausgabe später und das sind auch genau die Ausgaben, wo es um diesen Hannes-Meyer-Konflikt geht. Die Funktion des Produktgestalters sollte nicht darin liegen, Ruhe zu bewahren, sondern Unruhe zu stiften. Er soll eben halt nicht derjenige sein, der den bestehenden Bedarf strukturiert, sondern sollte eben halt und die an den Oberflächen sozusagen designen, sondern sollte das hinterfragen und da intervenieren. Nun, das war der Anspruch von Ulm, der war sozusagen in der Weise nicht mehr gewollt. Das Bauhaus wird gefeiert, Stuttgart 68, das Bauhaus wird gefeiert, Deutschland 2019 und es ist natürlich extrem kompatibel. Also wir leben in, also sagen, hier ist jetzt Apple Design Store, ja, man sagt ja iPhone ist Bauhaus, ja, kann man auch begründen. Steve's Job hat es ja selber so benannt und das ist sozusagen die eine Dimension, okay, das ist sozusagen so eine bestimmte Art von Produktgestaltung, ich will das jetzt nicht, also kann man jetzt analysieren, was da los ist. Das war, ich war in Frankfurt in so einem Max-Store, da ist sozusagen Werbung für so ein Kreativität-Camp, Bauhaus steht für Kreativität, wir leben in einem Zeitalter sozusagen, das die Kreativität zelebriert. Da passt es natürlich hervorragend rein und das hier ist die Werbung auf der ITB jetzt im Frühjahr und ich will Ihnen zum Abschluss sozusagen, wo ich denke, dass es ist, sagen, in diesem Umgang mit dem Bauhauserbe ist das Bauhauserbe tot. Aus der Bundestagsdebatte von 2015 zitieren, die ja einen Beschluss gefasst haben, mit diesem etwas, sagen, also diffusen die Welt neu denken, wirkt radikal, ist völlig unverbindlich, ja, also kann man, was ist das für so ein Slogan, also was meint der denn, die Welt neu denken, was soll da wie, warum neu gedacht werden, also wo soll das hinführen, also so eine unverbindliche Radikalität und es ist sehr bemerkenswert, dass in dieser Bundestagsdebatte von der CSU bis zur Linken alle dasselbe sagen, obwohl es ja angeblich darum geht, die Welt neu zu denken und irgendwie gesellschaftlich wirksam zu sein. Dann fragt man sich ja, also sagen, was ist da los? Also ich kann nur sagen, also der Ute Bertram für die CDU, CSU sprach von den sozialen Zwecken des Bauhauses, die so wunderbar waren, Sigi Ehemann von der SPD, von dem zu tust sozialen Idee, der Christian Kühn von Bündnis 90 den Grünen, von dem humanistischen Ansatz für den Alltag und Harald Fetzold von den Linken, bessere Lebensverhältnisse für alle. Also ein großer Konsens im Bundestag von links bis rechts, gut die AfD würde heute vielleicht etwas ausscheren, aber unter diesem Motto wurde dieses Bauhausjubiläum beschlossen und so wird es auch umgesetzt. Herr de Maizière, daran erinnere ich mich noch, bei der Eröffnung 2009, der Ausstellung Martin- Gruppesbau träumte eben halt davon, dass das ein neues Bauhaus man bräuchte, um die Probleme der Gegenwart zu adressieren, damals unter anderem die Finanzkrise. Also sozusagen, es ist die Blackbox, in die man dann politisch und touristisch alles hinein projizieren kann. Dankeschön.